servus zu diesem video ja ich bin heute nicht draußen und auch nicht im keller sondern sitz heute mal in meinem zimmer und zwar gibt es heute ein ganz kurzes video und zwar möchte ich euch einfach mal meine persönliche meinung ja zum gabel bzw dämpfer service mitteilen und zwar ja gibt es ja viele meinungen die da ziemlich weit auseinander gehen sage ich mal ich möchte euch jetzt einfach mal ein paar erfahrungen die ich halt mit dämpfern oder federn erlebt habe mitteilen und dann einfach mal auch sagen was die hersteller meistens empfehlen und dann auch einfach mal darüber reden was macht denn jetzt wirklich sinn und was macht denn jetzt keinen sinn ich habe jetzt übrigens auch mal vom tilo die alte gabel liegen die hat zum beispiel auch kein service bekommen und bei der gabel jetzt zum beispiel merkt man schon beim einfedern und auch hier an den rohren ist hier schon dreck dran und auch an den dichtungsring sammelt sich halt dreck an und das ist halt ein zeichen darauf hin dass die gabel halt schon langsam mal ein service braucht und man merkt halt auch beim einfedern dass die gabel dann sage ich mal nicht mehr so schön anspricht und einfach ein anderes fahrverhalten aufweist und wenn deshalb eben passiert also wenn man merkt okay die gabel die sift irgendwie ziemlich oder schmatzt oder ich habe halt immer dreck an den dichtungen und es federt einfach nicht mehr so wie es mal war dann ist es halt schon sinnvoll mal ein service zu machen wenn ihr aber zum beispiel keine probleme mit eurer gabel habt und ihr fahrt und nach einem jahr zum beispiel ist die gabel immer noch so wie am anfang auch und ihr merkt ich habe eigentlich nix und es ist kein dreck und ich fahr auch relativ oft dann sage ich ganz persönlich immer wieso sollte ich dann service machen was ihr auch immer noch ausprobieren könnt wenn eure gabel einwandfrei arbeitet und ihr euch eigentlich ziemlich sicher seid dass sie keinen service braucht bei den fox gabeln zum beispiel das mache ich immer bei meiner tellers oder bei der float können das auch machen oder bei der van einfach mal das fahrrad umdrehen und bisschen federn und oft hört man dann schon dann schmatzt es so also man hört dann richtig das öl drinnen und wenn man es dann wieder umdreht und ein paar mal ein federt und dann hier rüber also hier wenn ich rüber streicht dann spürt man auch dass das auch so ein ganz dünner schmierfilm drauf ist und das bedeutet dann eben dass auf jeden fall noch öl in der gabel drin ist und durch dieses umdrehen eben ist dieses ist das öl sage ich mal noch mal in die dichtung also hier in die abstreifringe die in der dichtung drin sind reingelaufen und wenn man dann eben federt dann haben eben die standrohre wieder einen ganz dünnen schmierfilm drauf und dann kann man sich sicher sein dass noch genug öl drin ist sollte es zum beispiel nicht der fall sein und es ist überhaupt kein schmierfilm und ihr hört auch beim einfedern irgendwie überhaupt nichts kein geräusch dann könnte es natürlich schon sein dass zu wenig öl drin ist und dann wäre es trotzdem sinnvoll wenn man service macht dann gibt es natürlich auch die ansicht dass die hersteller einfach sagen ihr müsst nach der und der zeit ein service machen meistens wird es dann eben nach fahrstunden angegeben oder eben ein bestimmter zeitraum wird eingegrenzt wo die empfehlen in der zeit sollte man service machen ganz ehrlich ich finde es eigentlich ziemlich uneffektiv ich sage es mal so wenn es um die garantie geht und ihr ein sehr teures fahrrad habt mit hochwertigen komponenten dann würde ich natürlich schon versuchen möglichst auch die garantie beständig zu halten weil es kann dann zum beispiel sein wenn ihr den service von der gabel nicht macht dass er die dass die garantie eben verfällt und das wäre natürlich auch blöd aber ansonsten finde ich es einfach am besten dass man den service dann macht wenn man merkt okay die gabel spricht einfach nicht mehr toll an oder ihr merkt okay es ist echt nicht mehr viel öl drin weil das ist dann eben nicht mehr gesund für die gabel und dann solltet ihr auf jeden fall ein service machen was ich auch noch ganz gerne ansprechen würde ist dann folgende situation wenn ihr euch zum beispiel überlegt mache ich den service selber oder bringe ich es doch zu irgendeinem händler oder zu irgendeiner firma die ihm speziell für die gabeln auch einen service anbieten das ist eine schwierige sache sage ich mal kommt auch ein bisschen darauf an was ihr für eine gabel fahrt zum beispiel bei den rock shocks gabeln da würde ich auf jeden fall wenn ihr ein bisschen wie sage ich mal handwerklich geschickt seid dann würde ich den service auf jeden fall selber machen weil bei rock shocks ist der service wirklich leicht und das sind sage ich mal auch nicht viele spezial werkzeuge die man da braucht oder eigentlich fast keine also bei der boxer wüsste ich jetzt nicht viele teile oder ich wüsste eigentlich gar keines wo man sagt da brauche ich jetzt ein spezielles teil für von daher da bei den rock shocks gabeln kann man den service auf jeden fall auch selber machen bei den fox gabeln wird es dann allerdings schon komplizierter also die sind schon ein bisschen komplexer teilweise aufgebaut und da sind halt dann auch sehr viele kleine teile dran die sehr empfindlich sind wo man ein bisschen aufpassen muss von daher da wäre ich ein bisschen vorsichtig ich selber habe bei den fox gabeln auch noch kein service gemacht muss ich ehrlich gesagt zugeben bei meiner telles wird es jetzt aber trotzdem wahrscheinlich dran kommen also ich fahre selber die fox 36 die telles also von 180 mm bis 140 und bisher habe ich überhaupt keine probleme also die schmierung ist optimal und es ist definitiv noch genug genug öl drin und die dichtungsringe wurden auch vor einem jahr getauscht also eineinhalb wo ich die gabel gekauft habe aber es sind halt trotzdem schon wieder jetzt eineinhalb jahre vorbei und viele sagen halt und du fährst im winter auch da solltest du mal ein service machen bisher klar bin ich der meinung macht es noch wenig sinn aber ich vermute mal dass zum ende diesen jahres werde ich bei meiner dann auch mal ein service machen ich werde auf jeden fall selber machen wird es dann wahrscheinlich auch ein video zu geben wo es auch noch ein video zu geben wird ist zu einem service von der rock shocks boxer rc der tilo fährt sie ja eigentlich sollte dieser video dazu heute kommen wir haben das auch alles gefilmt allerdings hatten wir ein sehr großes problem mit unserem mikrofon und daher können wir das leider heute noch nicht hochladen deswegen gibt es heute eben erst mal dieses video aber der boxerservice wird voraussichtlich auch in den nächsten wochen auf jeden fall von uns hochgeladen werden kommen wir jetzt noch zum dämpfer am dämpfer traue ich mich persönlich überhaupt nicht dran ich habe mich auch noch nicht wirklich schlau gemacht wie genau jetzt die verschiedenen dämpfer modelle funktionieren ich weiß noch zum beispiel bei meinem dämpfer bei dem kandrick double barrel dass da der service auf jeden fall ziemlich schwierig ist da da ja auch ich glaube helium drin ist ich weiß gar nicht genau auf jeden fall traue ich mich das selber nicht zu machen und bei den dämpfern würde ich dann auf jeden fall trotzdem empfehlen das zum hersteller zu schicken oder eben zu irgendeiner professionellen firma die den service anbieten Klaas und service nicht gerade billig aber man muss halt auch sagen die meisten bikes die in hochwertigen dämpfer haben da kostet der dämpfer dann teilweise auch 5 600 euro und dann macht es uns service glaube ich doch mal sinn damit man eben bei dem dämpfer eine längere haltbarkeit hat das bin ich eigentlich schon am ende von meinem video falls noch irgendwas einfällt was wichtig ist ihr könnt gerne in die kommentare schreiben und ich hoffe ich konnte euch ein bisschen helfen und dann sehen wir uns im nächsten video servus